hey freunde es geht weiter mit skyrim herzlich willkommen zurück also wir müssen in diese richtung gehen aber wir gehen zu fuß natürlich dass wir alles erkunden dass wir gleich alles auf die map bekommen was in der nähe ist das ist einfach ein entdecker spiel anders ist es nichts entdecken freunde entdecken looten überleben und das machen wir schon mal sehr gut würde ich sagen okay hier sind ob das eine gute idee ist wage ich zum bezweifeln was ist mit ihr alter hallo töte sie alter was ist das für eine dumme bitch gewesen ok also das ist sehr komisch machen wir die die riesen aber gehen wir irgendwo hoch wo sie nicht hin kommen komm komm nice ein bisschen noch ein bisschen noch hey nice one wir machen sie fertig alle nach der reihe nein oder doch getroffen also ich dachte der kommt hoch ok sie ist da und glaube ich also wie sie abhauen wie er abhaut einfach also wie hoch muss ich da ziehen bei ihm vielleicht brauchen wir das noch irgendwann ok nehmen wir mit wir kommen sicher zurück experte ok wir sind experte freunde natürlich ist hier sonst noch was jetzt kommen wir zurück weg 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 da kommt er aber nicht her oder nein wie er immer weg läuft er kämpft er kämpft gegen irgendwas ok das ist oder nein ich erwische ihn das dachte ich mir jetzt nicht ok wo starb er hallo wo ist er da ist er der sieht aus wie ein baum wow der hat viel kohle mit ok da ist eine höhle und ein wachturm wow das dachte ich das ist wer anderer ok da ist eine höhle auch noch ein mammut ok nice alter wir machen hier völkermord feuer frei ok sie ist da und wow für eine handvoll dollar töten wir ja mammut das war deine letzte stunde ok nice one ok da vorne ist ein hügel grab und da ist eine höhle aber gehen wir zuerst zum hügel grab würde ich sagen oder ist die höhle näher da vorne ist eine festung ne ich glaube das ist näher weil mich nicht alles täuscht alter da ist auch noch ein hügel grab da vorne wir haben wieder sehr viel zu entdecken freunde ok zuerst zur burg dann zur höhle dann hügel grab eins nach den anderen du meinst ich sehe dich nicht da ist noch eine was eine killcam ohne kill ok was ist da vorne los was sind das für homies sind das gegner oder das sind talmor ich hasse talmor ja ich speichert lieber ich das mir kopfgeld bekommen oder sonst was ich wusste es darum habe ich gespeichert darum habe ich gespeichert freunde sie verlässt gleich meine dienste wann ich auf die scheiß elfen ziele alter was soll das utgert ok diese festung ist sehr groß die müssen wir erkunden wow sieht schon geil aus da oben ist hochrotka da waren wir gerade geil ok was ist das festung graumor also ich liebe bogen ich liebe es einfach ok das sind mehrere gegner äh äh nein ok hier hier können wir gut zielen ah fuck komm her komm her baby glaubt ihr etwa dass ich Angst vor euch habe sag du es mir ok die haben nur scheiße oh eine Truhe hab dich fast übersehen da liegt noch wer Eisenpfeile und warum haben uns jetzt die Elfen geholfen ich hasse Elfen ich kann es immer wieder sagen ich hasse Elfen ok wo war die alte die was wir weggeballert haben da oben irgendwo oder oder täusche ich mich oder täusche ich mich steht da oben wer oder ja klar ok es sind zwei ok da oben war doch noch wer oder ah fuck was ist das ok habe ich auch noch nie gesehen so eine Puppe eine Puppe der Hölle ok ok da drüben war der äh hier wow jetzt hat es kurz gefreezed ok die hat einen Headshot bekommen Eisenpfeile da auch noch eine dann hätten wir alle ok gehen wir rein wo ist eigentlich unsere Begleiterin das frage ich mich Festung Graumor Graumor ok da 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 ist sie ok wo gehen wir lang ich hasse ich hasse es wenn alles so groß ist ist da jemand gefällt dir das Baby gefällt dir das gefällt dir das wo ist sie die ganze Zeit alter warum hilft sie mir nicht heilers Illusion was ist das Ausdauer ok oh das ist gar keine Gegnerin oder hey stehen bleiben oh Alter wer ist das wer war das Sie hat einen wiederbelebt. Ach so, ich dachte mir schon, alter, wer ist das jetzt? Okay, und die alte Agnes ist tot. Scheiß drauf. Okay, da ist noch irgendwo wer. Spitzhacke. Alter, wie fucking groß das hier ist, ha? Wo geht's hier? Zum Kerker geht's hier lang. Oh. Hört auf, mich zu beschießen, Freunde der Nacht. Freunde der Nacht, da, 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 da. Ich brauche mal was Gutes, alter. Okay, warum ist der tot? Okay. Die Frage ist, haben wir jetzt was übersehen? Ich glaube fast. Leichte Rüstung. Hier geht's rauf. Aber da will ich noch nicht hin. Ich glaube, wir haben was übersehen, Freunde. Das war mir irgendwie zu schnell dadurch. Okay, von da sind wir gekommen. Hier waren wir noch nicht. Vermutlich. Okay, die sind verbrennt. Aber das Gold nicht, Gott sei Dank. Nice. Ich wusste es, ja. Okay, und hier geht's noch. Okay, das waren die Toiletten. Hier geht's noch runter. Oder kommen wir hier zum Kerker. Okay. Verteidigers, Kriegers, Stärke, Handschuhe. Handschuhe war eine Scheißidee. Alter, wo sind wir hier, verdammte Scheiße? Wo geht's hier lang? Hier geht's auch raus. Komm, geh weg, bitte. Okay. Hätte ich fast übersehen. Nein. Okay. Lass dir Zeit. Wo ist Zeit, Kiel? Lass dir Zeit. Ging doch. Okay, was ist hier noch alles? Alter, diese Udgert ist mir die ganze Zeit im Weg. Das Trampel. Okay, hier ging's wohl doch nicht weiter. Sie haben wir schon gelootet. Okay, super. Jetzt will ich hier nichts geben. Keine Ahnung. Was nehmen wir oder was werfen wir weg? Kleidung. Was haben wir denn? Was ist denn ein Scheiß Handschuhe? Was noch? Okay. Okay, dann gehen wir jetzt in den Kerker, würde ich sagen. Der Kerker ist hier, oder? Das war der Kerker. Ja. Schauen wir uns hier noch um. Geld. Da ist ein Pender drinnen. Nein. Ja. Okay. Ein Jäger. Ein Jägersmann. Heißt es. Ja. Da kommt wer. Dich töten. Udgert. Sehr gut, Udgert. Nein, daneben. Hey, lass Udgert. Lass Udgert in Ruhe. Du Bastard. Du mieser Bastard, du. Okay, ich will da überall reinschauen. Sie wurde anscheinend vergewaltigt. Nice one. Ich hasse Hochelfen. Deine Leute, ihr Haar ist licht im Gold. Der ist betrunken. Der alte Penner. Bis Frühling sind's draus, McReady. Was? Wie konnte er mich jetzt hören? Das verstehe ich nicht, Alter. Wie konnte er mich jetzt hören? Das ist vollkommen unmöglich. Was ist das? Käfig. Das machen wir sofort. Was ist hier noch? Alter, ein Troll. Was macht er mit einem Troll? Okay. Was ist das aber? Das weiß ich jetzt nicht mehr, was das ist. Okay. Nein! Alter, ich habe nicht einmal... Okay. Okay. Da ist der Anhaltspunkt. Bisschen links. Sehr gut. Okay, das ist auch für den Arsch. Alter, komm jetzt. Okay, wir müssen wirklich dringend verkaufen. Und wo ist Udge jetzt schon wieder? Jetzt bekommen sie ein paar Sachen. Okay. 16, 18. Den nehmen wir. Ablegen, ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Bekleidung. Ja, sie soll das mal aufheben. Alter, wer ist das? Ihr müsst was für mich machen. In Ordnung. Was? Was? Komm her, Udgeert. Mache ich. Wer ist die Alte da hinten? Mache ich. Ja, dann komm. Udgeert, Alter. Alter, was zur Hölle? Udgeert, hebt die Scheiße auf. Mache ich. War es das? Alter Udgeert. Und wer war sie? Warum ist sie? Warum war sie nicht tot? Wir halten an. Was? In Ordnung. Was? Was? Heb die Scheiße auf. Mache ich. Mache ich. Alter Udgeert. Du blöde Schlampe, du dreckige. Was ist jetzt, Mann? Alter. Wow, Udgeert. Ich drehe durch mit dir. Weißt du das? Haben wir was vergessen? Da ist noch ein Pfeil. Wow, wie ich sie hasse, Alter. Was war das schon wieder? Okay. Ich lege es dir jetzt vor die Füße, Udgeert. Und wann du es nicht aufhebst, sage ich es dir. Ich werde dich in die Hölle schicken. Okay, Udgeert. Fresse. Oh, jetzt geht's. Mache ich. Mache ich. Mache ich. Mache ich. Okay. Mache ich. Da ist sonst nichts mehr. Heb auf. Mache ich. Dann hebt das auf. Mache ich. Wow. Alter, ich drehe durch. Ich muss hier alles vor die Füße legen. Ich. Okay, jetzt habe ich wieder aufgenommen. Schon wieder. Alter, komm jetzt. Okay, Udgeert. Wir halten an. In Ordnung. Was? Was? Mache ich. War es das? Okay, das war es, ja. Alter, ich drehe durch mit dir, Udgeert. Wirklich. Hier ging es doch irgendwo hoch. Aufs Dach. Hier, ja. Alter, die Udgeert. Was? Du bist ein bisschen buggy, Udgeert, ha? Ein bisschen. Okay, welche Richtung müssen wir? Alter, warte, jetzt habe ich. Okay, da waren die Riesen da hinten. Und da vorne ist die Höhle. Die machen wir noch. Nice one. Alter, Udgeert. Ich drehe durch mit der Alten, wirklich. Okay, die Höhle ist da vorne. Und da sind dann noch zwei Tempel. Die sind immer zu dritt. Okay, und da ist dann ein Hügelgrab. Okay, da ist die Höhle irgendwo. Alter, es gibt so viele Sachen wieder zu entdecken. Richtig geil. Ah, fuck you. Okay, hier ist die Höhle, Freunde. Redurans Zuflucht entdeckt. Nice one. Okay, Freunde, ich muss hier abspeichern. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank für's Zusehen. Euer Westhead Kill. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. B At nessa Nacht. Vielen Dank.